Im 2-3-Tage-Rhythmus haben wir Kontakt. Er sagt, das ist unglaublich, was er da drüben abspielt. Sie sind wirklich alle fußballverrückt, es ist nicht so dahin geredet, sondern sie leben es wirklich. Sie sind unglaublich gastfreundlich, sagt er. Auch der Spirit in der Mannschaft ist toll, hat er gesagt. Sie haben eine sehr, sehr schwere Gruppe, das weiß man eh. Aber er ist guter Ding, auch, dass er selber zu Minuten kommt und dass sie vielleicht ein bisschen überraschen können in der Gruppe.